Für unser nächstes Stück darf ich zwei ganz besondere Gäste heute willkommen heißen. Anna-Lena und Leonie Goldhammer. Über 108 Cover-Versionen gibt es für unser nächstes Stück, Save the Last Dance for Me. Ursprünglich stand das Tanzlicht von der US-Band Blüfters und es geht um den italienischen Tanz mit den Lärmen Volca Chinata. Wir spielen aber nicht die ursprüngliche Version aus 1960, sondern eine aktuelle Cover-Version von Michael Bublé. Allein vier Alben des kanadischen Sängers landeten in Großbritannien in den USA auf Platz 1. Achten Sie vor allem auf die Interpretation unserer beiden Sängerinnen und auf die harmonische Zweiständigkeit. Tänze deinen letzten Tänz mit mir, richtig getrenzt oder aber nicht, nur musikalisch und gesungen von unseren beiden Mails. Applaus Ida Gäste ittle And dance, and we dance with a guy who gives you your life and hold your time Now you can smile, and recite to the man who takes your hand the meter when you lie But don't forget, it's taking me home and it's what you're gonna be Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020